So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, genau, denn wir haben zwar heute schon das Winter-Event, Teil 1, angekündigt, 10 Uhr, aber jetzt kommt das richtige 15 Uhr Video. Raid am Mittwoch am Donnerstag, lacht doch nicht, der Jonas grinst. Raid am Mittwoch am Donnerstag, kommt am Donnerstag, weil das wäre zu viel heute, Adventskalender, Infovideo, Infovideo, Raid am Mittwoch am Donnerstag, Premiere abends. Wir wollen euch ja nicht, wir tun euch ja eh schon übersättigen, deswegen müssen wir jetzt mal auf die Bremsleine treten und gucken uns jetzt mal an, was hier drin steckt. Deckt euch für das Winter-Wunderland-Event und den Raid-Tag mit Dummy 4 mit Items ein. Weißt du, was ein Dummy-Tier ist, Pupsi? Das ist, es gibt ja das Dummy-Plex und Dummy-Tier ist dann aus der, äh, wie hieß, aus irgendeiner Region, ist dann das, was halt so weiß aussieht mit Hörnern dran. Und Pupsi findet es immer richtig genial, wenn Raid-Day ist und wir sechs freie Pässe haben und immer einen Spaziergang machen können mit dem Kinderwagen, ne, und das macht Spaß, das ist cool. Da hat man endlich mal wieder so ein Feeling von, es ist was los im Spiel. Deswegen, egal welches Pokémon, Hauptsache es gibt sechs freie Pässe, die du da draufzimmerst, wenn es dann auch noch neu ist, wenn es dann auch noch shiny sein kann, ist das eigentlich das Beste, was passieren kann. Eben habe ich auch noch zwei Adventskalender-Bier-Tastings gemacht, die merkt man vielleicht jetzt. Und deswegen machen wir das jetzt für 15 Uhr. Hier hätte ich mir das Bild eigentlich ein bisschen winterlicher vorgestellt, weil hier sieht es aus wie in Island, wo alles grün ist. Und in Grünland, was grün heißt, ist alles Eis, aber hätte es nicht winterlicher sein können. Hier steht auf jeden Fall ein Dami-Tier alleine rum. Gleichzeitig ist ja neben dem Raid-Tag eben dieses Winter-Wunderland-Event, wo ich den Sinn nicht verstehe. Das diesjährige Winter-Wunderland-Event wird ein Fest, schließt Sammler-Herausforderungen ab, die wir jetzt gefühlt schon ewig nicht mehr hatten, um Begegnungen mit Event-Pokémon-EP-Items und mehr zu verdienen. Während des Events findet zudem der Raid-Tag mit Dami-Tier statt. Das Viel-Ender-Pokémon-Dami-Tier erscheint dabei zum ersten Mal in Raid-Camp mit Pokémon GO. Mit etwas Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen. Da grinst er wieder. Raid-Tag mit Dami-Tier, Samstag, der 23. Dezember von 14 bis 17 Uhr. Hast du das auf dem Schirm? Das ist ein Tag vor. Und? Das passt doch. Stell dir mal vor, es wäre Weihnachten, dann wäre es doch viel schlimmer. Ja, letztes Jahr war es, glaube ich, am 24. am Heiligabend, war ein Raid-Day. Ja, diesmal. Der war, glaube ich, mit Hisui Aktilias. Diesmal also am 23. Dezember, Samstag, 14 bis 17 Uhr. Da würden wir wieder wahrscheinlich von 14 bis 15 Uhr eine Stunde lang Spaziergang machen, die sechs Pässe rausballern und gucken, was es so gibt. Damit hier Debüt, Raid-Kämpfe, Exemplar, Schilland, Viel-Ender. Passt. Was noch dazu zum Raid-Day erscheint häufiger in Raid-Kämpfen. Also das sitzt natürlich dann auf jeder Arena eine Stunde lang. Nach der Stunde erscheinen nochmal genau an den selben Arenen die selben Raids nochmal damit hier. Das haben wir schon mal erklärt. Früher waren Raid-Days so, dass an jeder Arena überall das Pokémon aufging und ein Counter hatte von drei Stunden. und hattest drei Stunden Zeit an der Arena, das mal zu besiegen. Du musstest also bei dir die Arenen machen und wenn nichts mehr da war, musstest du in die nächste Stadt fahren, in das nächste Dorf, weiterfahren, um dort irgendwo dann nochmal ein Lava-Dos, Arctos, Zapdos, war das ja am Anfang anzutreffen. Leute, die wenig Arenen haben, fanden das immer doof, weil die da nicht so viel machen konnten. Aber das haben sie ja dann umgeändert, dass eben der Raid-Counter nur eine Stunde ist und in diesen drei Stunden an ein und derselben Arena, das eben dreimal erscheint, statt einmal dort drei Stunden zu sitzen. Die Chance auf das damit hier Shiny ist erhöht. Ihr haltet während des Events um bis zu zwei Stunden danach bis zu fünf zusätzliche tägliche Raid-Pässe. Wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht, von Samstag, den 23. Dezember um 1 Uhr bis Sonntag, den 24. Dezember um 4 Uhr, wird das Fan-Raid-Limit auf 10 erhöht. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt so viele Leute da hinterm Sofa vorholen, ein damit hier, dass sie da Fan-Rades unbedingt dafür machen würden. Es ist ja wahrscheinlich eh nur ein Dreier-Raid. Müsste also locker solo machbar sein. Ansonsten mit der Freundin zusammen, mit dem zweiten Account zusammen, mit dem Homie zusammen, müsste das eine gute Sache sein, dass da keiner unbedingt Fan-Rades braucht. Winter-Wunderland zusätzlich. Also wir werden am Samstag dann von 14 bis 15 Uhr nur einen Stream machen. Wenn ihr da dabei seid und sagt, ja lad mich ein, ich mach mit, dann können wir das im Stream auch so machen, wenn ich das sehe. Ansonsten haben wir das bei Mega, äh, wie heißt denn hier, das... Bei dem letzten Mega-Raid-Day haben wir das gemacht. Bei dem allerletzten Raid-Day haben wir das, da gab es glaube ich niemanden, der da unbedingt mitmachen wollte. Da haben nur Leute vor Ort dann mitgemacht, so. Ja, in Mega-Knack-Rack genau. Bei Mega-Knack-Rack hast du das gemerkt, weil das schwerer war, haben die Leute gesagt, sie wollen gerne eingeladen werden im Stream, aber bei dem Hisui-Admurai war das jetzt nicht so. Da war glaube ich keiner dabei, der unbedingt eingeladen werden wollte. Gleichzeitig findet also das Winter-Wunderland-Event statt. Samstag, 23. Dezember, 10 Uhr. Bis Sonntag, 24. Dezember, 20 Uhr. Also gefühlt zwei Tage, aber halt auch nicht ganz. Ihr könnt bis zu fünf Spezialtausche pro Tag durchführen. Für mich ist das gut, weil ich ja meinen Pokedex vervollständigen möchte auf dem Habanero-Account, damit ich an die Platin-Medaillen komme für die Level-Aufstiege. Während des Events kostet das Tauschen 50% weniger Sternenstaub. Ihr erhaltet doppelte EP für gewonnene Raid-Kämpfe. In der Zeit, das ist genau so die Zeit an Heiligabend bis 20 Uhr. Wer rennt da rum und macht großartig Raids? Wahrscheinlich die wenigen. Sammlerherausforderungen. Bald finden zum Event passende Sammlerherausforderungen statt. Die gehen rund ums Fangen und Entwickeln, um damit Tier zu begegnen, andere Belohnungen erhalten, schließt das ab, schließt die Herausforderungen rund ums Tauschen ab, um Enton mit Feiertagskleidung zu begegnen. Denn jetzt steht da wieder Enton. Das war in einem anderen Infovideo heute schon, irgendwas mit Enton. Und ich habe gesagt, wo ist denn Enton? Das ist nicht in Raids, das ist nicht in Feldforschung, das ist nicht in Eiern, das ist nicht wild. Jetzt steht hier wieder Enton mit Feiertagskleidung. Das ist wohl das Heftigste, Krasseste. Und dann gibt es bestimmt auch noch Shiny. Das müsste sie mit sein. Wieso ist da kein Bild da? Pokestop-Showcases gibt es auch, wo man auch wieder Event-Pokémon reinbasteln kann. In die Showcases. Da bin ich auch drauf und dran zu versuchen, die jetzt auf Platin zu machen. Ich habe gestern, glaube ich, die 50 erreicht. 50 von 100 Siegen. Das geht voran. Einmal habe ich vergessen, die Pokémon auszutauschen. Da habe ich extra niedrige reingenommen. Und dann kam einer und war mehr und hat mit 400 Punkten gewonnen. Ich hatte hier 900er auf der Hand und habe die nicht reingesetzt, weil ich es vergessen habe. Einfach nur. Pokestop-Showcases. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Raid-Day. Ich freue mich eigentlich immer auf jeden Raid-Day. Was auffällt, ist, dass es diesmal kein extra Ticket dazu gibt. Die letzten zwei Raid-Days hatten das, dass du für 5 US-Dollar da noch ein Zusatzticket kaufen kannst, wo du nochmal 8 Zusatzpässe kriegst an der Arena. 14 also an dem Tag. Dann zusätzlichen Staub und EP aus den Raids. Mehr XL-Sonderbonbons an der Arena garantiert, wenn du da kämpfst und so weiter. Das vermisse ich hier gerade. So haben wir die ganze Zeit immer den Stream gemacht mit 6 Raids und haben die restlichen 8 in der Raid-Gruppe gemacht und haben dann das Ausbeute-Video gezeigt. Jetzt sind es wahrscheinlich nur die 6 freien Pässe an der Arena und dann war es das. Hätte ich mir hier trotzdem auch gewünscht. Ich meine, wer da wirklich Bock hat, ein bisschen noch was zu machen, hätte das nochmal mehr Wert gehabt. Ansonsten ist es nicht so wichtig, aber war Hisui Admurai so wichtig? Ich weiß es nicht, es war doch auch nur ein 3er-Raid. Aber der hatte das Ticket. Damit hier hat das Ticket nicht. Kann man jetzt nachjenigen nicht vorwerfen, dass die hier wieder geldgeil sind und auf die Kohle aus sind, wenn sie das weglassen. Hätten sie machen können, hätten bestimmt einige gekauft. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.